Genau. Was ist denn hier oben? Schleicht die unentdeckten Festung. Okay. So. Und so. Wo? Gut. Wer hätte das gedacht? So. Hopp. Hopp. Ah, ey. Bist. Wie gehen da die ganzen Dinger? Okay, komm. Hier muss irgendwas sein. Oder? Oh, so warm, okay. Das war's. Oh, ey. Das war's. Oh, ey. Oh, ey. Oh, ey. Hey! Ja, genau. Das wollte ich nämlich nicht. So, wenn wir das vielleicht schaffen, ihm genau das vor die Füße zu nehmen. Werbung, ja. Auf die Füße zu nehmen. Drehst sie sich nicht um? Ja, genau. Äh. Eigentlich müssten wir irgendwas finden und dann ... Hmm. Ok. Mal gucken. Okay, am I in the erst? Okay, wo war die denn zu finden? Okay, die war hier zu finden. So. Okay, vom Kontrollpunkt ausstarten, gut. Die, gut, die Roller haben wir ja. Nö, das löst wohl anscheinend ganze Zeit den Alarm aus. Sonst das mal das es das erste mal geklappt hat, weiß nicht. Hopp und durch, bitte. Genau, bitte einmal hierhin werfen. So, geh dahin. So, wir sind hier unten, ist hier was? Ne, anscheinend nur was zum Verstecken. Ist hier was? Ah, wir haben ja doch was. So, vielleicht ist hier auch noch eine Rolle. Das wäre natürlich cool. Okay, dann schieben wir das mal hier weiter. Aha, okay. Jetzt, hier hoch. Ich hab da schon was gesehen, genau. So, my bent-walking-stay. I'll go, man, this chapter calls me to my heart. Okay. So. Wenn du die Marken bekommst, Sie behandeln dich wie ein Outsider, strahlich, nichtprediktabel und gefährlich. Du bist so gut als Reaktion. Wenn deine Reaktion ist, dann bist du tot. Das war ein bisschen zu weit runtergefallen. Gehen wir mal hier gucken. Gehen wir mal hier gucken, okay. Das scheint doch mir ein Outsider sein. So, durch. Nein! So, dann ziehen wir das. Genau so. Woppa! Und hier runter. Okay, bitte. Okay, bitte. Hervorbaute Visire eine Stange an, während du eine Leiche festsetzt und drücke sie, um die Leiche dran zu hängen. Ne, will ich ja nicht. Ich töte niemanden. Ein kurzer Schatten, erledige, durchdrücken, ahnungslose Feine aus deinem Versteck heraus, Gleitkick, was sie von den Füßen holt. Ne, fertig. Da haben wir auch was. Laufen verursacht keine Geräusche mehr und du kannst zwei Ablenkungsgegenstände tragen. Allerdings hast du keinen Platz mehr für ein Schwert. Oh, auch gut. Nehme ich. So, ich möchte gerne... Genau. Das und das. Ja. Hm. Uh, how are you holding up? The symptoms are some at first. Do you feel agitated? Unusually aggressive? They say it can drive you mad, but I'm not so sure. I've never seen anyone live long enough to find out. I had to beg, yes I, for more ink. It isn't even fresh. It's clumpy. Feel that? Sorry, sorry. This is unacceptable. If I can't straighten this up, well, I'll go to the source and take care of it myself. We've tracked the Count to a stronghold in Eastern Europe. He may be cornered, but be careful. He's sitting on a stockpile of weapons with his best troops surrounding. This is your final mission. Stay sharp. This is the one you have to remember everybody. Not fast. Those flashes of lightning could give the guards a chance to spot you. So. He's pulling out my car. Let's go down. This is the one you can see. I'm going down here. And hop. Let's go down. Here. Here. And hop. Überraschend. Aber irgendwie... muss das doch gehen, oder? Oh nein. Oh, 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 oh... Können wir hier nicht an den Vorsprung? Nein. Können wir auf den Vorsprung? So, runter. Dein Neumarkt hat gefeiert mit deinen Szenen. Konzentriere, und du kannst alles um dich zu sensen, selbst durch die Wände. Halt! Verweiden sich! Ah, okay. Die Tür ist das hier in der Mitte. Du hast die falsche Leber, könnte dir dein Leben kosten. Schau an das. Es ist neue Karte für Karajans Truppen. Sie können sogar ohne diese Karten kämpfen, um sie zu schützen. Wie gehen wir da hin? Wie gehen wir da hin? Einfach nur, um die Punkte zu bekommen, dass wir unbemerkt sind. Ja, genau. Ha! Warte Fakt! Ah, ich sehe da hinten schon was. Nein! Hopp! Hopp! Ich habe doch immer die... Strom abgeschaltet. Das hat die Tür abgeschaltet. Bläh! Komm! Äh! Da! Geht doch! Ich weiß nicht, ob ich da so ein Problem hatte. Aber wegen diesem Lightning wäre ich hier sichtbar. Genau. Hopp! Alles ist gut. Ich habe jetzt auch000 rein. Alles ist gut? Ja, ich habe mal den Kopf aus. Und ich habe mich auf der Richtung gesehen. Und ich habe eine gewinnen lassen. Ja, ich habe das Gefühl. Ich habe den Teller. Es ging auch viel. aber wie komme ich da jetzt wieder hin aber hier ist und das hier drunter ich finde ja einen Weg in die Festung okay 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 ja, hätten wir die Karte ganze Zeit benutzt, hätten wir mehr sehen können ich bin auch so bekloppt aber wisst ihr, was sie nennen, die 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 Marken bekommen haben? die Seller und dann hier die Senses okay hm Karajan must have lost his mind he thinks this crazy set up can keep him safe hey Tim woah okay das wusste ich nicht Karajan must have lost his mind he thinks this crazy set up can keep him safe hm hm das sind aber die Laser die einen töten, oder? ehhhh ehhhh nimm mal ehhhh ok mit den Rauchbomben klappt das aber wir müssen die Rauchbomben austauschen gegen diese Geräuschmacher karte nimm mal nimm mal nimm mal nimm mal nimm mal vom Ah, Moment, 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 mal. So leicht geht er dir aber auch nicht. Genau. Wer sagt mir, dass hier zum Beispiel nichts ist? Ah. So, wenn er weg geht, weck da, weck da, weck da, weck da, genau. Wo war er? Nein, verdammt. Ach so, ich gehe jetzt einfach nur einen anderen Weg zurück, oder wie? Diese Länge sollten nicht rauskommen. Oh, Mist. Ich möchte aber trotzdem den Weg gehen. Moment, 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 mal. Select ist die Karte. Aha, aha. Ist der schon mal abgelenkt? Gut. Nee, können wir leider nicht. Aber, Moment, mal, hier. Sei doch mal hier ein bisschen abgelenkt. Genau. Ah, waste of time. Ech. Okay. Also, wie du schon mal hier hin. So geht's? Ich gehe jetzt aus. Äh. So. Nein. So. Äh. 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 Ich glaube, das ist ein Schuss. Hey, wo ist er? Hey! Ah! Hat so ein Timing der Typ, ey! Ich denke, es tut etwas. Hey! Okay, dann mache ich schon mal so paar Sachen. Dann bereite ich mal vor. Er wird ja dann abgelenkt sein. Heißt, ich schmeiß dann schon mal... ...hier was hin... ...hier, genau. Au! Das Ziel könnte nicht sein. Zeig euch! Müsste das ja klappen. Und jetzt sind wir wieder hier, wo wir angefangen haben. Super! Genau, was ist denn hier oben? Schleicht die Unentdecktenfestung. Okay. Okay. So. Und so. Wo? Wo? Gut, wer hätte das gedacht? So. Hopp. Hopp. Ah, nee. Mist. Gehen da die ganzen... ...Dinger? Ja. Ja. Okay, komm. Hier muss irgendwas sein. Oder? duda. Ansonsten. Vielen Dank, Herr. Ja. See ya. Auf her. Auf her. 1980al. Ja. Die Unentwerte. Das war's. Oh, yeah. Eh? Eh? Denk ihn up. Denk ihn up damit. Ja, genau. Das wollte ich nämlich nicht. So, wenn wir das vielleicht schaffen, ihm genau das vor die Füße zu legen. Werfen, ja. Dreht er sich nicht um? Hm. Ja, genau. Äh, eigentlich müssten wir irgendwas finden und dann... Hm. Ja, ok. Mal gucken. Okay. Okay. After the war, most ninja went home. Okay, wir sind in der erste. Okay, wo war die denn zu finden? Okay, wo war die denn zu finden? So. Ja, ok. Bomb-Control-Punkt ausstarten. Gut. Die, gut, die Rolle haben wir da. Hey! Hey! Das löst wohl anscheinend ganze Zeit den Alarm aus. Deshalb ist das das erste Mal geklappt. Weißen nicht. So, hopp. Und durch, bitte. Und... So. Hm. Genau, bitte einmal. Gehen werfen. So, geh da hin. So. Jupp. Wir sind hier unten. Ist hier was? Ne, anscheinend nur was zum Verstecken. Ist hier was? Ist hier was? Ah! Wir haben ja doch was. So. Vielleicht ist hier auch noch eine Rolle. Das wäre natürlich cool. Okay, dann schieben wir das mal hier weiter. Aha! Okay. Jetzt... Hier oben. Ich hab da schon was gesehen, genau. Mein Bind-Walking-Stick. Ich... ...eine Bind-Stick. 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 Knie mal hier guckt dann. Ok. Das scheint Dominaboutsin sein... ...mach nie... ...obedrets. So. Durch. Nein! So... ...dan ziehen wir das... ...genauso, Wopa! ...und hier runter. Und jetzt haben wir hier irgendwas Neues. Schloss geknackt. Okay. Okay. Wenn es alles vorbei ist, dann hoffe ich... Was ist das denn? War das schon alles? Wow, ok. Ah doch, hier ein Artefakt. Oh ja, klar, jetzt muss ich noch zurück. Was ist das denn? 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 Wenn du diese Farbe furcht, furcht das schnellstens und versucht nicht zu sterben. Was ist das denn? Das Loch sollte weg sein. Ich bin sicher, dass es nichts hier ist. Ach so, ok. Jetzt weiß ich schon, was das sind. Das war, dass sie brechen. Ok, hier haben wir jetzt doch was. Ah, Moment mal, Moment mal, Moment mal. Genau. Ich habe doch da ein Artefakt gesehen. Das kann mir doch keiner erzählen. Joinks. Aha. Perfekt. So, kann mir keiner erzählen. Habe ich doch was gesehen. Ok. Oh wow. Hä? Ah ja, ok. Ich weiß schon was. Ich muss mich hier hängen lassen. Um das zum Beispiel auszumachen. Genau. Und hier muss ich mich hängen lassen. Um dann den auszuschalten. Genau. Ne, noch nicht. Da sind wir noch nicht so weit. So, genau. Den können wir so ausmachen. Wow. Was war das? Hängen lassen bitte. So. Hop. Ok. Ok. Ja. Ok. Ah ja, den hinten habe ich schon ausgeschaltet. Ich habe mich jetzt auch klar gewundert. Äh, aufpassen. So. Ich kann mich nicht hier noch weiter hängen lassen und dann den da machen. Äh, Mist. Nein! Äh, okay. Hängen lassen. Zack. Oh. So. Wow, das war knapp. Hängen lassen. Zack. So, bitte den anvisieren. Den anvisieren. Hängen lassen. Zack. Wow. Okay. Hängen lassen. Rolle nehmen. Wow. Hüff. Knappi, knappi. I do not fear death. But with the leisure. Yanks. Genau. Wenn wir diesen Hatch öffnen können, können wir direkt unter den Außenbüchern schlafen. So, macht uns so ein bisschen einfacher als hier alles, oder? Wow! Okay, ich dachte ich wäre wohl drauf gefahren. Hopp, so. Warten. So. So, das scheint ja schon mal ganz gut geklappt zu haben. Damit haben wir wohl die Gasanlage hier unten ausgemacht. Jetzt müssen wir das hier irgendwie nur aufbekommen. Genau. Jetzt hier was? Ja, da ist nämlich was in der Mitte. Machen wir das dann mit einer Rauchbombe. Ah! Ja, super! Sehr toll! Glaub, ich halte mich jetzt mal lieber hier dran fest. Und die Rauchbombe soll bitte mal da hinfallen. So. 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 Wir haben unsere Fahrt der Stille, nehmen aber diesmal die Cracker und die Rauchbombe. So, Katakomben? Irgendwas? Nein. Schau an diesen Schalm. Mein Geweis? Geh schnell und nicht nach unten. Oh. Ich glaube, ich werde noch einen anderen Weg finden. Geh auf, ich werde nach unten. Dieses Ort ist älter. Seid ihr Fuß an diesen Schalm und es wird sehr solide sehen. Dieses Ort ist älter. Seid ihr Fuß an diesen Schalm und es wird sehr solide sehen. Ah doch, ich meine, wir haben einen Artefakt schon mal gefunden. In der Nähe eines Artefakts ist auch meistens ein von diesen Räumen, oder? Ich kann nicht den Boden sehen. Wenn es sogar einen ist. welches Stille da geht. Weeee. Hier. So. Die Schriftrolle verpasst auch mal, wenn du den falschen Weg gegangen bist. Dieser Korridor ist voll von Zutaten. Wenn du schnell steigst, wird es dich nicht töten. Ich hoffe, dass es frische Luft auf der anderen Seite gibt. Jetzt sind wir den schnellen Weg gegangen. Aber ich denke, das ist falsch gewesen. Glück gehabt, weil hier geht es ja noch so weiter. Aber es ist zum Beispiel hier unten drunter. Ein Ninja muss nie Angst haben. Aber Tentsuji hat nicht zu sterben. Er wurde durch ein Kraft, das keinen Sinn hatte. Ich gebe meine letzte Koffe. Ein altes, scar-cheektes Möncheng. Was habe ich zu verlieren? Noinas-Maske, die sich im Giftgas aufrollen. Verstecke drei Leichen im letzten Raum. Reiter auf der Kiste, den Schacht bis ganz nach oben. Ohne runterzufallen. Wo? Niemand wird bemerkt, wenn du auch überraschst. Ich hoffe, das reicht, wenn ich hier oben drauf bleibe. Anscheinend nicht. So. Oh oh. Reite die Kiste, den Schacht bis ganz nach oben, ohne runterzufallen. Okay. Das heißt, wir müssen die ganze Zeit da dranbleiben. Das ist jetzt unsere Aufgabe hier. Ich denke, das ist die Kiste, zumindest. Hallo. So. Okay. Ich hoffe, das reicht. Nee. Gut. Dann geht das ja so nicht anders. Wir können ja nicht da unten. Muss es ja eine andere sein. Bleh. Beine sicher, dass wir zurück nach den Katakomben zurückkommen. Okay, da sind welche. Okay. Da sind welche. Nein. Oh, lieber. Nee. Aber da unten ist was. Oh. Oh, nee. Gott, das war falsch. Also war ich doch einigermaßen richtig da oben. Ich muss nicht unbedingt alles immer hier entkunden. Das ist ja nicht immer das Richtige. Hey, ho. Gut. Er war blöd von mir. So. Hier unten drunter bleiben. Hopp. Runterspringen. So, zack. Hier nach dem Anderen. Okay. Müssen wir warten, bis er da weg geht. Huh. Reiter auf der Kistenschaft ist ganz nach oben. Aha. Ohne runterzufallen. Okay, hier ist das also. Heißt... Heißt... Okay. Wir dürfen jetzt nicht runterfallen. Oh, oh. 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 Weil wir gesprungen sind. Oh. Nee, oder? So, gut. Wir dürfen auch nicht springen. Weil ich nur aus Versehen nicht nach unten gekriegt hab. Äh, wo war denn jetzt der Erste? Also, okay. Da hinten. Gut. So, hier runter. Und hier an der Seite. Okay. Geh ich mal hier unten drunter wieder. Vervollständigt. Aha, geht doch. Oh je. Oh, Glück gehabt. Oh oh, jetzt muss ich aber auf die andere Seite bestimmen. Genau, ich muss jetzt sehen, wo die Laser kommen und wo keine sind. Ah, da. Ist doch was. Ach, ich muss hier hoch. Okay. Ah, okay. Das war so geplant. Ich dachte schon. Ja, ich muss hier hoch. Wow. Gut, dass ich da noch gesehen hab. Und jetzt hier runter. Äh. Ja. Ah, okay. Dann denk ich mal. Hi. Oh oh. Oh 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 oh. Okay. Wie ist das jetzt? Heißt, ich muss mich da hoch? Oh. Okay. So, und jetzt muss ich warten, bis die eine Kiste den Laser da unten abruft. Und dann muss ich hier durch. Oh je, oh je, oh je. Okay. Ach so, war das das schon? Nö, dann möchte ich ja bitte nochmal in die andere Richtung gehen. Ich hab... Oh. Hier fehlen immer noch... Zwei Schrift dran, genau. Hehehe. So. So. Oh oh, nee. Doch, an dem muss ich mich feiern, verdammt. Nur auf die andere Seite muss ich dann runterfallen. So ist das. So. Genau, so. Hier runter, 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 runter. Oh Mann! Oh Mann! Oh Mann! Oh Mann! Oh Mann! Was er... Oh Mann! 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 Oh nein. Ich hoffe, die können mich nicht sehen, solange ich hier drin bin. Ich hoffe, die können mich nicht sehen, solange ich hier drin bin. Hunde sehen mich als die Verstecken, blöd. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Ich habe keine Ahnung, wo ich mich verstecken soll. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Er kümmert sich dann nicht mehr um mich. Du hörst ihn, erhöht den Gas. Eieieieiei, die Stelle wird ja bisher sehr interessant. Lass auf deine Maske, da ist zu viel Gas in dir. Erst nach der anderen Runde, sie kann irgendwo sein. Du hörst ihn, erhöht den Gas. Hä? Eieieiei, kann das Ding kommen? Put on your mask, there's too much gas in there now. Erst nach der anderen Runde, sie kann irgendwo sein. Du hörst ihn, erhöht den Gas. Nein, ich wollte eigentlich mich da jetzt vorbeischleichen. Geh da hin. Geh da hin. So, jetzt. Geh bitte da hin. Put on your mask, there's too much gas in there now. Ja, okay. Klappt das hier nicht so richtig, irgendwie. Put on your mask, there's too much gas in there now. Oh je. Oh je. Ich versuch den Mund da irgendwie abzulenken. Geh bitte da hin. Da bin ich jetzt. Er hat mich jetzt geflogen. Er hat mich jetzt gerogen. So, so. Dort. So, jetzt bitte noch mehr weiter. So, jetzt bitte noch mehr weiter. Uhr. Es gibt eine andere Runde. Es kann irgendwo sein. Du hast gehört. Entschuldige den Gas. So, der Hund ist damit verwirrt. Halt auf deine Beine. Es gibt zu viel Gäste. Es gibt etwas neben dem Runde. Es kann irgendwo sein. Du hast gehört. Entschuldige den Gäste. Hä? Wie habe ich den Alarm bitte schön ausgelöst? Kann mir das wer sagen? Lass auf deine Beine. Es gibt zu viel Gäste. Hier kann man die Runde. Es kann irgendwo sein. Was ist das? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Nicht mehr Danger. Ja. D misunderstood.